Deutscher Name für ein Instrument sorgt in Neuseeland für ein witziges Missverständnis. Der Streamer Quinn69 ging letztens seine Unban-Requests durch und stolperte über einen User, der gebannt wurde, für ein schwulenfeindliches Wort. Das F-Wort, was bei uns in Deutschland das S-Wort wäre, wurde aber technisch gesehen nie erwähnt. Quinn69 fragte wohl im Stream, was das für ein Instrument sein könnte, womit der User mit Basun antwortete. Diesen Blas-Instrument hier. Leider kannte der User nur den deutschen Namen. Bei uns heißt Basun nämlich... Fagott. What the fuck?